Grüne Schleimel! Hör, breiten Sie! Ja, Mikro, ich glaub du musst das alleine machen. Irgendwann finden wir Blubb in einem Kampf-Dojo und der ist einfach trotzdem noch zählend über uns. Wahrscheinlich. Was ist hier in der Tür? Ich wollte erst die Kiste. Ich mach sie fertig! Da unten ist ne Kiste, ne Kiste, ne Kiste! Ausvorteil! Wir leben noch! Was ist der damit noch? Ciao! Feuer hat die nächste Stufe erreicht! Ja! Oh! 250 Kil! Wir können uns mal jetzt soberleisten! Alalalala! Wir können uns mal wiederholen. Wir machen uns mal noch. Wir machen uns mal wieder! Wir machen uns mal wieder! Wir machen uns mal wieder! Hallo, hier der da ein Tür, ey. Was geht? Ui, guck mal ein Lehrer her. Ui, guck mal ein Lehrer her. Hey! Dürfen die das? Ich glaube nicht. Hoa. Oh no! Mikro hat kein Mana mehr. Mikro, du hast kein Mana. Ich bin unfähig. Nein! Boah, ist voll kein Mana. So, letzte Tür. So, guck mal. Hallo. Bitte befreit uns. Bitte befreit uns. Bitte, bitte befreit uns. Bitte, bitte, befreit uns. Wer ist das, kleine Mädchen? Uhu, schnüff. Schnüff. Irgendwann, Dame und die anderen. Ihr seid unsere Rettung. Besten Dank, Jungs. Und ihr auch, Naira. Wer ist das? Das ist Josefs Tochter Nelly. Morgen, dieser Dreckskerl, hat sie entführt und hat sie Geisel festgehalten, um Josef zu erpressen. Wir sollten Prinzessin Hilda das Mitril bringen, ja? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Ich habe so meine Beziehungen und wusste, dass ich das Mitril hier finde und wollte euch zuvorkommen, hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben. Nur bin ich leider selbst in eine Falle getappt und saß hier fest. Äh, wie auch immer, ich werde mit den Gefangenen hier das Weite suchen. Wir sehen uns. Ach, ist das nicht der komische Dieb? Was, hier unten? Hier hat es okay. Huch. Nein, nicht Autokampf. Das Vieh hat sich selbst umgebracht. Dämlich ist es mir. Oh, da geht es noch weiter runter. Kisten. Und Türen. Aber, aber Kiste, und es geht noch weiter runter. Geht es hier hin? Nein, ich gebe die Kiste. Die Kiste, die Kiste! Was ist denn weg? Ich bin kein Blut. Was für ein wildes Rolltower, das Explosion und Raffinale entsetzt ihn. Jep. Oh, ich habe Knoblauch. Yeah, Knoblauch. Feuergrimoire. Also, wenn ich den Spaß schon hier einfach finde, ne? Ich bin noch ein bisschen noch Lärm. Ich bin zwar nicht so gut wie ein Mikro, aber hey, komm mal. Ich bin nur planaporet mit mir da nicht. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin angekürt. du kannst das auch was ist hinter dieser tür wunderschönen wunderschönen oh Ja! Raus aus dem Raum. Ansonsten gab es noch den Weg nach unten. Okay. Dafür muss ich da lang, da hoch, nach rechts und da nach unten. Wartagel! Du, 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 du. Brauche aber, glaube ich, auch nicht mehr so lang. Dann kann ich früh ins Bett und darf nicht schlafen. Früh Feuerball. Oh, super damage. So, überhaupt nicht. Oh, super damage. Oh, super damage. Gel. Wegen so viel Geld, ich kann ein Stück ein paar Zauber kaufen. Und bei Rüstung. Und vielleicht neue Waffen. Das ist ein Leben lang. Das ist ein Leben lang. Da, da, da. Das ist ein Leben lang. Ich bin nur meine Waffen. Waffe mich. Da, da, da. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue, außer immer weiter runter zu laufen, ne? Oh, da ist ne Kiste und so viele Türen. Ich guck jetzt, was in den Türen ist, das sind bestimmt leere Räume. Jeder steht auf leere Räume. Ich hab letztes Pokémon weiter gespielt. Jaaa. Team Galactica sind im komischen Quartier vertrieben und glaub ich gleich ein Fahrrad. Jaja. Hebel voll gut! Jetzt hast du drei Orten? Ich glaube ja. Oh, oh, oh und ich glaube, ich weiß nicht ob es stimmt, ich müsste es testen, ich habe gelesen. Sogar die offizielle Pokémon-Seite. Man kriegt ein Geschenk, wenn man einen Geschenkkode eingibt. Gran ist gleich tot. Und schwar... Quatsch, dassel... Das war es... ...Merry Christmas und Caps Lock und bei Christmas das I als eins geschrieben. Ich habe es noch nicht getestet, ob es funktioniert. Leerer Raum. Kann doch nicht wenigstens Blut drin sein, wenn ich mir schon die Mühe gebe. Danke. Klingt interessant, ja, oder? Rebellen, wie konntet ihr nur hierher gelangen? Aber egal, das Mithril ist unser. Ihr werdet in diesem dreckigen Loch verrecken. Tarek selber. Sergeant. Dann können wir... Ach ja, wieder. Ich nut mal den seinen Zahn. Ich nutze mal den seinen Zahn. Aua. Oh, sechs Seiten. Hier hoch. Okay, ich schoss sie. Ich glaube, ich teste das mal direkt. Oh, sag Bescheid, ob es funktioniert. Nein, Rani. Minus Kacke, der ist zu langsam zu meilen. Was, Engel direkt aber heilen? Nee, da lass ich mir Zeit tun. Au. Ich kann gerade, wenn ich es nicht mehr zu viel Schaden mache. Toll. Ich bin auch froh, wenn er überhaupt Schaden macht. So, kannst du teleportieren in eine andere Dimension. LP und LP tauschen. Oh, guck mal, was passiert. Gar nichts. Gar nichts. Daneben. Sade. Ich wollte, dass er weniger Leben hat. Oh, wow. Okay, was haben wir noch so schönes? Nochmal, Bade. Funktioniert tatsächlich. Yay. Voll cool. Ich wünschte, ich hätte... Irgendwas zum MP heilen dabei. Okay. 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 Falls ich den schaffe, der gibt bestimmt eine Menge Erfahrung. War halt nur kein Damage, ne? Aua. Komm schon, mach Damage. Schluss! Uh, 8 Damage. Aua. Wattage! Männö. Männö. Männö! Ich heile mal. Aua. Gut, dass ich geheilt habe. Ja, 10 Damage. Uh, 8 Damage. Oh, und kein Bader mehr. Kannst du dich nur noch um Stunden handeln. Aua. Was ich endlich treffen? Gott. War halt richtig gut. oder daneben komm ich treffe ja auch nicht kein Angriffszauber mann oh wow daneben Pateke! Los! Trefft! Trefft! Drei Stunden später. Trefft endlich! Ich höre das. Ich muss nicht mal hingucken, um zu hören, dass wir nicht treffen. Drei Stunden später. Ach, aber das ist doch was. Drei Stunden später. Ich bin nämlich nicht so schön. Ich bin nämlich nicht. Drei Stunden später. Drei Stunden später. Ich kann ja Autolauf anmachen und ne kurze Pause. Das kommt dann gleich wieder, ne? Ach komm, der muss auch immer nur umkippen, oder? Ich hab das Gefühl, der dauert länger als der Endpost von vorhin. Der hat sich 30.000 auf Vollheit. Diese Sau. Der macht aber nicht so viel Schaden. Da ist was dran. Aber er kassiert doch weniger Schaden. Voll gemein! Yeah, damage! Oh, Schade ist schon vorbei. Aua. Minoo müsste mal heim. Heiden! Ach Gott, treff doch einfach! Also hey, sie treffen ja, aber sie machen keinen Schaden. Mach wenigstens Schaden! Los, macht Crits! Aus! Das war kein Crits! Das auch nicht! Das auch nicht! Das auch nicht! Was. Nee, der hat sich nicht nähen. Das auch nicht! Nee. 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 Nein. Ja! Nein. Ja! Ich glaube, ich muss denen sagen, dass es geht und nicht geht. Nein. Ja. Nein. 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 Minus wieder heilen. Nope. So nicht. Versuch es doch einfach nochmal. Nope. Nein. 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 Schauen wir den heute noch? Ist er überhaupt dafür ausgelegt, dass wir den schaffen? Mana wäre das schönes. Erneben. Mana wäre schon schnieke. Ich könnte die Mikro einfach die Damage strecken. Ich könnte die Mikro einfach die Damage strecken. Nein. 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 Komm mal. Uiuiui. Wie viel Leben hat der? Wie oft habe ich den schon getroffen? Oh Gott, ran. Ich will die Kiste hinter dem haben. Es geht nicht falsch weit, ey. Aber es ist falsch weit, wenn du überhaupt zu wollen. Verleben. Juhu. Oh Gott. Oh Gott. Ach so geht. Oh Gott. Ich mache ihn fertig ran. Ich habe auch noch mehr mit Minus. Der stirbt einfach nicht. Sag dir mal, der soll sterben. Der Mino kann leider mehr haben, muss ich aufs Gehen. Dazu sterben wir einfach alle. Da neben! Yeah! Der hat bestimmt mehr Wilden als Mino. Oh, das ist ganz schön. Mehr an, mehr! Mehr damit! Ich koste zwei Schwerter, gell die? Hier! Verlieb! Leider hat er aus dem Bogen falsch rum gehalten. Aua! Stirb endlich! Neben! Neben! Juhu! Yeah! Mach weiter sogar! Juhu! Oh! War schön, solange es angehalten hat. Ja, war wirklich schön, ja? Toll! Toll! Au! Patergall! Ich glaube, der ist echt nicht dafür ausgelegt, dass man den schaffen kann. Der ist bestimmt unsterblich. Er hat nicht unsterblich zu sein. Au! Er macht weniger Damage! Ich habe es aber nur sehr, sehr, sehr gut gerüstet. Nein! Rann ist tot! Der ist dann nicht absolut! Der ist echt nicht, wenn ich da unter anderem. Der ist vielleicht nicht ganz gut. Aber da wird es so gut. Wir können es nicht gut. Wir können es nicht nur, um ein mighty geil. Wenn ich Kaffee um die Jaune descrição, Glocken Halt? Ah, geil. Ich hab drauf was Toll, Alter Treff ihn endlich Macht endlich dein Herz Ich werde ihn nicht mehr auf dem Haus Ich werde ihn nicht mehr auf dem Haus Ich werde ihn nicht mehr auf dem Haus Ja, ich werde ihn nicht mehr auf dem Haus Ich werde ihn nicht mehr auf dem Haus halt auch nicht mehr heilen. Boah, ich glaub, ich hab noch Portions dabei, ne? Hey, Harbel! Portion! Er ist rot! Yay! Von der Schwert ist in Stufe gestiegen. Mehreres Bogen, Mikrofilmstab, Mikrofilmstellt und Minusstab. Juhu! Stärke, MP, LP, Kosti, Magie. Ne, er hat das alles gelevelt. Stärke, LP, Kosti. Der hat noch mehr gelevelt als Ne. 300 K. Kosti! Boah, ich hab den nur. Ich musste den sogar besiegen. Kosti! Sie ist leer. Kosti! 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 Kosti!